6. September 2022 Während meines Livestreams erschien plötzlich ein helles und blinkendes Objekt am Horizont des Mondes. Wie man sieht ist das Objekt noch nicht zu sehen. Kurze Zeit darauf erschien das Objekt und war sehr deutlich zu sehen. Dies sind Originalaufnahmen aus dem gestrigen Livestream hier auf TikTok. Ich bin mir sicher, dass es sich bei diesem Objekt nicht um einen Satelliten oder einen Stern handelt, aber schaut selbst und schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Das Objekt ist immer noch nicht zu sehen, aber gleich erscheint es wie aus heiterem Himmel. Ich schaue es mir auch gerne an. Schaut es mal da am Mond, was ist das? Ich schaue es mir auch gerne an. 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 Danke für die Rosa Elvis, Finn. Vielen Dank. Heute ist es jetzt weg. Ist es jetzt einfach weggeflogen, oder was? Das ist jetzt einfach weggeflogen. Das ist jetzt einfach weggeflogen. Das ist 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 einfach weggeflogen.